Es gibt nächste Zeit für einen Gaming-Kaffee, wie gut das denn nächste schon ist. Für unter dir steht den 11. Februar, also drum soweit die Regie natürlich um 6 Uhr ab. Und machen geht ein neues 2-Hour im Zoo, wie gewinnt. Natürlich auch zu koppelst und mit ein paar Wände. Also ich tue mal ein Super Smash Bros. Turnier, ob da Nintendo fährst. Items on, Feierspieler gleichzeitig auf der Stage, 5 Minuten Zeitlimit. Und wie genau die Räseln geht, dann zur Platz neiger geworden. Und die Meldung ist auch zur Platz. Dann haben wir ein Championship, Nintendo Championship Challenge. Da das etwas für die Wände vielleicht kennen, ich habe hierbei Spiele an einem Zeitlimit von 6 Minuten 3 verschiedene Spiele und leistet hier 3 verschiedene Aufgaben. Ich spiele konkret eh mal Super Mario Bros., die NS-Version natürlich, klassisch. Ähm, sammle hier 5 Spiele. Wenn er nicht gemacht hat, könnt ihr auch auf Super Mario Bros. 3 Sprangen von 1 Spiele sammeln. Und wenn er dort gepackt hat, dann hat er nach ganz Zeit recht für an Dr. Mario Punkte zu sammeln. Wenn ihr mehr Punkte hat, kann ich es gewonnen. Wir sollten mit genau Details kennen, dann auch nicht. Sehr plass. Und zu guter Läscht, wo wir dann noch ein Tetris-Tourneer, ja, klingt witzig aus, aber so. Äh, und zwar geteilt wie die Version gespielt, Tetris Party Deluxe, am 1v1, BO3 Single Elimination. Auch hier könnt ihr euch einen Platz ummelden. Also, wie gesagt, kommt Läscht, spielt Mott. Dann habe ich noch ein paar Punkte, die am Gaming Café, also, getestet sind und vielleicht nicht dabei sind. Äh, wir hatten zum Beispiel am Board Gaming Café am Januar. Kommissar verkauft. Die sind leider nicht dabei, aus diversen Gründen von da, ähm, äh, vom Saal halt. Na, wir haben doch keine Kontra, wo man Hennen drinnen kann kachen. Dann sind die momentan von der Läscht geholt. Ansonsten, das ist alles beim Alen. Natürlich sind auch ein Board Gaming-Eck. Man wird wahrscheinlich auch ein Rocket League-Eck holen oder ein PC-Squad. Also, auch das ist willkommen, bringt ihr ruhig mal. Äh, am Fighting Corner lebt alles ein bisschen mit Kalm auf. Da könnt ihr dann ein paar Fighting Games ausspielen. Ähm, am Großen Ganzen. Ja, als der Gaming Café natürlich weh gewinnt. Wir hoffen, die sind dabei. Wir hoffen, die bringt Spaß mit. Und bis demnächst. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.